Hi, hier ist Mijat. Ich erzähle euch, wie wir heute trainiert haben. Wir haben angefangen in der Mixzone mit Athletiktrainern. Wir haben ein bisschen Mobi und Stabi gemacht. Dann haben wir zuerst auf dem Platz mit Andi, mit Athletiktrainern. Das hat uns warm gemacht. Wir haben auch ein paar Sprints gemacht. Dann haben wir ein Passfolgen gemacht. Dann haben wir ein bisschen Torschüsse und Flanken geübt. Bei Flankenspiel war es nicht so gut bei mir, aber bei Torschüsse war es besser und du musst das zeigen. Und dann haben wir auch Rattenschießen gemacht. Ich war viel besser als Gunza. Ja, das haben wir dann auch am Ende Läufe 16er und 16er gemacht, weil wir das auch brauchen. Wir versuchen, topfit zu bleiben.